Und hier haben wir hier noch eine kleine Überraschung, eine Kapuriki-Pin-Kollektion. Ist schon etwas älter, ich weiß, aber die Anstecknabel hat es mir angetan. Brauche ich nicht unbedingt, aber will ich trotzdem haben. Und wir öffnen hier einmal einfach diese Box, wenn das irgendwie leicht gehen würde. So, dann haben wir hier mal die wunderschöne Pin mit Kapuriki. Nicht schlecht, legen wir es hier her. Dann haben wir hier die Kapuriki-Karte mit Salto-Spirale. Hier ein Pokémon 20 Schaden zufügen und Stromball mit 100. Das geht, das geht. Für Elektro-Pokémon geht das. Dann haben wir hier drei Boosters. Einmal noch eine XY Evolution. Einmal Sonne Mo und einmal Sonne Mo und schon wieder Wächter. Wir beginnen natürlich hier mit XY. Jetzt sehen wir gleich schon mal ein Globando. Und ganz vorhin ein Radikal. Ein Trainer Pokédex. Ein Corpuzzi. Trainer Hyperheiler. Ein Glomander. Europ, Stern-Do, Andolu war sehr schnell rennend. Bonita, ein Pikachu und dahinter nichts. Ich habe das schon. Okay, das war das Radikal. Gut, nichts hier. Das macht nichts. Sonne und Mond. So, ich nehme es wieder mal zu mir. So, dann haben wir hier Energie, Sedimantour, Superball, Quartermark, Ibitac, Mabula, Traumato, Krabox, Ganovil. Energie zu gewinnen und ein Knirrfisch. Und das aller und letzte ist dann Stunde, der Wächter. So. Ein So, drei, vier. Ein Energie wieder. Ein Pixi. Lataneco. Maschok. Molung. Nasknit. Schwalbini. Wuffels. Viscora. Ein Weilmeer. Und dahinter verbirgt sich... Ein Lusardin GX. Mit Aquaknarre, reißender Strudel und blaue Flut GX. Immerhin, eine GX-Karte hier. Ein Lusardin. So, das war es auch hier mit der Pin-Kollektion von Kapuriki. Und bis zum nächsten Mal. lot- Sowager quarter 우와. itte. Vielen Dank.